Du meinst, da wo das Fahrzeug rumfährt, ne? Ja. Da kackt der Server irgendwann ab. Ja. Mhm. Das ist so extrem groß. Ja, weil irgendwann, ähm, du musst die ja bepowern, und da gibt es ja Fluid-Manager. Und die Fluid-Manager, sollte man Tank leer sein, pumpt der ja wieder Fluid, also Wasser oder Lava rein, damit die halt automatisch laufen. Mhm. Weil das wäre das, da kannst du ja Lava auch herstellen. So, und bei mir auf dem Server damals, ist das immer, egal in welcher Version, immer, wenn der Wassertank leer war, oder der Lava-Tank, hat er versucht, da was reinzuholen, und ist der Server abgecrasht bei dem Fluid-Manager. Ja, wird heute auch noch sein. Also ich mag den Mod definitiv nicht, weil der so assi ist. Ich mein ja auch nicht. Aber das ist, das ist ein Mod, der ist unnötig. Ich mein ja auch nicht, ne? So, jetzt mach mal so ein, so ein Jute-Ding. Ach, reicht auch nicht, ne? Obwohl. Und das kann nur drei hochwachsen. Das ist ja. Naja, kann ja so brennen. Hm? Ach, alles gut, alles gut, alles gut. So brennt? So, brennen? Nein. Ich hab ja Pupsbrennen. Die bösten Pupsbrenner, ja. Zack, zack, zack. Ups. Ich bin grad am looky-looky machen, was ich so herstellen kann. Den ganzen Käse. Käse, ja, das stimmt. Ich bin echt hier so am Arbeiten, ist dann am Laufen. Plopp. Hallo. Ich hab jetzt 18 Fennnötchews. Hi, Zombie. Warum stirbst du nicht? Der hat nicht gebrannt. Sind das wieder diese Town-Craft-Zombies? Ja, gibt's da auch. Die bei... Ja. Die nicht brennen. Hier ist's. Ne. Ein Sensor ist das, ne. Ein Sensor. Ich glaub, wir haben noch so einen Daylight-Sensor, aber wo ist er? bei der düngerkäste hinten da ist er noch weil den bräuchte ich dann bräuchte ich das heißt er kann ja nur 23 flecken ich hab Bock mehr wir brauchen unbedingt eine kuhfarbe habe ich nicht habe ich doch nicht gesagt oder was was jetzt verstanden ist auch mit dem haben das übertriebener ja ja deswegen weiß dass er wo soll der sensor sein ich habe mich gesehen nicht also in den beiden kompostkisten war da nicht habe ich eingegeben sind so komisch aber da war das ist ja keine düngerkiste dass der bambuskiste ja bei der düngerkiste aber die dünger ist ja woanders so ein düngerkopp du ja die ist hier drüben ja gut hier oh mein gott warum solche farm welcher mod war es war es bild kraft of forest kraft was denn da sind die maschinen ja anders da kann man es ja nicht übertreiben mit dann habe ich mir so eine baumfarm oder was ja das ist das ja mit dem bienen multi farm und die fahrm und die fahrm und die sache ist was sollen wir dann später wieder machen denn dann haben wir alles und dann ja was dann das ist das ist das aber 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 und die fahrm ist ja aber aber ja mein fact reloaded ist doch auch bei skype teurer geworden ja 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 haben die doch auch teurer gemacht dass man das nicht so schnell ist und die farben da müssen wir uns halt darauf einigen eigentlich dass derzeit nicht zu groß und nein weißt warum wir uns da einigen wir dürfen jeweils nur ein harvester und ein planter mehr nicht danach hast du eine arschkarte gut du kannst die farm aufteilen oder es dürfen keine upgrades verwendet werden dann kannst du es nicht übertreiben dann bleibt es nämlich drei mal drei groß wie bei skype ja da kannst du es ja nicht riesengroß machen und es ist einfach teuer wenn du noch eine haben willst mich interessiert welchen macht es von gar nicht Alle Modifikationen Forge hat er wirklich auf 1.34.16.14 In Core, Minefactory Reloaded hat er drin Terminal Foundation, Terminal Expansion, Traumcraft, Mistcraft, Lightloader, Matmos, Psycho-Craft White, Custom Spawner, Small Creatures, Custom NPCs, Mob Spawner, Control-2 Cloud-Light, Red Storm Past, Secret Rooms Mod Es sind noch gar nicht alles geupdated, es sind noch einige andere drin Naja, Minefactory Reloaded Egal Ich sag dann Wir müssen uns auf etwas einnehmen, was wir nicht machen dürfen Naja, toll Ich will jetzt erstmal überlegen, ob wir das reinnehmen oder nicht, ey Da ist doch die Wand dann Was bringt das am Vorteil? Es bringt Farmen Ausgeschlossen Es bringt definitiv Farmen Ähm Es ist teuer Nachteil, es ist teuer, ja Vorteil Wir können Tierzuchten machen Wir können Baumfarmen machen Ja 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 Na, so bin ich jetzt ins Loch eingefallen Wir können Farmen machen, allgemein So, es ist teuer Egal in welcher Absicht Naja So Was kann man ausschließen Man macht keine Upgrades So, das heißt, es beschränkt sich auf 3x3 Total arschklein für eine Farm Ja, mein Sprechen dauert und geht das auch nicht relativ schnell als zu kriegen Wie lange läuft das Guck mal bei Skype her Wie lange lief das jetzt da? Bis da mal eigentlich mal was war Oder allgemein Wie lange hat es das gedauert Bis da eigentlich mal Bäume In dem Massen kamen Hm Relativ lange, ne? Ja, guck mal, wie viel Holz ist das jetzt drin gewesen? Ich sag mal, grob genannt 30.000 3x3 Upgrade schon reingeben Da ist gar kein Upgrade drin Standardmäßig ist 3x3 Und wenn immer ein Wenn du einen Increase erhöhst Geht ein Rand drum herum Also Increase 1 macht es 4x4 Hm So, du brauchst definitiv viel, viel Strom Siehst du ja jetzt schon Ja Da sind wie viel Wasserräder angeschlossen 1, 2, 2 Wasserräder und ein Windrad Ist schon viel Windrad kostet arschviel, hab ich grad gemerkt Allein Hemseeds, wie viel Stacks da durchging Und du musst überlegen Wir haben den schon vorher drin gehabt Ja Und haben den nicht von Sky genommen Nein Und ich hab den jetzt schon drin So, und ich bin jetzt Jetzt gerade Guck, items Brauch ich grad jetzt nachgucken Wie viel er wieder weg ist Hm Also reinrechnen Ist items Was da hinten ist Ist schon wieder lächerlich Wir hatten ne Wir hatten ne Wir hatten ne Farm Hm Was haben wir denn noch für Nachteile Dass wir nachher nicht wissen Wie weit wir es noch übertreiben Wir haben, gut Wir können ausweichen Botania, Formcraft Da werden wir noch lange drin setzen Ja So Das könnte uns unterstützen Durch Durch Harvest Wenn wir irgendwie Material brauchen Mäßig Ja Klar Der Vorteil von Forest Quaft ist einfach Dass du ne riesen Farm bauen kannst Die kannst du nicht einschränken Die kannst du nur von der Fläche einschränken Selber Aber mehr auch nicht Und das ist teuer Du brauchst du Glas, Gold und sowas Damit du diese Fläschchen bauen kannst Mhm Diese Sicherung Aber Sicherung oder Dioden Sind das irgendwie sowas In MyFactory kannst du normale Standard-Farmen bauen Und kannst die Gitter ja lassen Und kannst es ja einfach Farm machen Wie wir es bei Skype hier haben Sowas So wie wir jetzt mit den Hühnern da Du kannst da eine Schlachtanlage hinterbauen Und den ganzen Quatsch Hm Es ist so ein Winkspiel zwischen ja nehmen Weil es jetzt einfach einen Vorteil bringt Und nein Und nein Und nein lassen Weil es so extrem ist Später nicht Naja klar Oh man ey Leck mich Also ich würde es rein theoretisch Würde ich es nehmen Ich kann auch mit N.I.O. Kann ich übertreiben Du übertreibst mit alles Nein Ich baue ja nicht nur eins Ich baue ja gleich zehnfach Bei Botanie kommt das gleiche bei mir raus Wenn ich erstmal so weit bin Was soll nämlich Ich brauche erstmal genug Erde Ja Kommt ja auch noch dazu Du brauchst ja einfach Fläche brauchst du Ja Deswegen brauche ich Erde Ja Und die kannst du dir irgendwo Ja Am besten nicht in der Nähe holen Am besten irgendwo Keine Ahnung Außer Walachai Weiß nicht wieviel unten in den Barrels drin ist Ja Nicht viel Wird wie gar nichts sein Nicht wundern warum ich hier grad rumstehe Ich warte eigentlich dass das Redzone irgendwann mal ausgeht Durch das Licht automatisch Ich stehe die ganze Zeit rum Ich stehe die ganze Zeit rum Quatsche Mit dir hier und warte bis das Redzone hier ausgeht Hm Wegen dass der Sinnsomme anschlägt Hm Hm Oh Ne Hier unten haben wir nicht wirklich viel Erde Doch da sind so 32 Sexten Also aber nicht viel Ne ist nicht viel 236 sind schnell verbraucht Gar nichts Da sind auch noch mal 31 Sexten Na du kannst ja nicht mal Erde herstellen Gut Da ist die ganze Erde vorbei geflogen Ja hier können wir zum Beispiel keine Erde herstellen Nein Ist ausgeschlossen Das heißt du musst definitiv Farben gehen Ohne Problem Hm Was hat mein Factory noch für Mods Also für Maschinen Eigentlich nur Harvester Planter Und Fischer Pfff Für was brauchst du das Dann nix Für den Fischer Naja Den haben wir ja glaube ich Ich weiß gar nicht warum wir den so aufgestellt haben Warum du den aufgestellt hast Wegen den Backsten ne Ja Ja Nur für die Bags Das ist der einzige Grund gewesen Hm 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 Ja meinetwegen ja Meinetwegen auch Ja nicht meinetwegen auch Du schwankst halt noch so zwischen Ja man kannst voll übertreiben Ja nein doch Ja Dann müssen wir halt nur sagen Okay dann Dann müssen wir halt Keine Ingresses nehmen Also keine Erweiterung Keine Upgrades Na gut das machen wir Endlich doch so Was die Upgrades da rein? Ne Nein kein Upgrades Null Upgrades rein Standardmäßig 3x3 lassen Dann können wir das gerne machen Weil was werden wir das nachher übertreiben Oder ist das für riesen Bombenfelder werden? Riesen Bombenfelder? Das werden Das werden Ich guck mal eben Guck mal eben bei Ähm Hat er jetzt wenigstens mal ausgeschaltet Sonne kannst du mal schneller untergehen? Sonst muss ich den Sensor noch weiter nach hinten verschieben Ähm Minicraft Mine Factory Loaded Ähm Don Berg König aprend sonst die